Das Hotel Los Angeles liegt in Granada in Andalusien. Die meisten Gäste des Hotel Los Angeles würden das Hotel weiterempfehlen. Die weitere Empfehlungsrate liegt bei 67%. 29 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,6 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 29 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Mit 5,1 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Hotel allgemein. Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotel werden mit 4,8 Sonnen bewertet. Service. 4,7 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wider. Lage und Umgebung. Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,7 von 6 Sonnen. Gastronomie. Die gute Küche dieses Hotels wird von den Gästen mit 4,2 von 6 Sonnen bewertet. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die guten Sport und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4,2 von 6 Sonnen wert. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.